Yo Leute, es ist mal wieder Zeit, auf Fortnite-TikToks zu reagieren und ich sehe schon, das erste TikTok hat irgendwas mit Liebe zu tun, darauf habe ich ja gar keinen Bock, aber Leute, wir schauen uns zusammen an, es wird bestimmt mega nice, lasst ein Like da, unten ein Abo und jetzt viel Spaß mit den TikToks. Ich wusste es einfach, ich wusste es einfach, warum? Ach man Leute, was soll ich dazu sagen? Naruto ist sass, nein, nicht sein Ernst, nein, Leute, schaut bitte weg, oh man, wait for it, okay, äh, äh, seit wann kann man Emotes machen, wenn man einen Hai angelt? Oh, ein XP-Glitch? Du, ich, direkt mal ausprobieren gleich. Nice, you can't defeat me, sagt ein Sweater. Aber Naruto kann es, ja, ja. Habt ihr Naruto geschaut, ja oder nein? Schreibt es mir in die Kommentare. Das passiert also im Battle Bus. Ja, moin. Ach so, die freuen sich, dass sie den Mech getötet haben. Ehrenfrauen, Ehrenfrauen, wirklich. Was passiert hier jetzt? Oh nein. Ey, der Arme tut mir so leid. Hä? Er hat's überlebt. Oh mein Gott, wie nice. Ähm, immer müssen solche, solche... Ähm, egal. Egal. Okay. Was war das jetzt? Skins kombinieren in Fortnite? Ey, das wäre doch mega nice, wenn man irgendwie Skins kombinieren könnte. Okay, nicht so fail jetzt wie hier, aber irgendwie Mützen oder so auf andere Skins machen. Ey, das wäre mega nice. Ein Glitch im FNCS. Oh, das ist belastend. Wenn man durch einen Glitch oder so stirbt. Oh nee. Ähm. Ähm. Leute, das haben wir nicht gesehen. Also, manche TikToks sind echt verstörend. Kitty Cat, wo bist du? Every second you're not running. I'm only getting closer. I can only wish for this type of luck. Okay, der hat anscheinend mega luck im Game. Und jeder wünscht dir, dass man genauso viel luck hat. Okay, er wird abgebaut. Was macht jetzt Jumphead blazen oder... Nee, der hat kein Jumphead. Nein. Yo. Okay. Remember. Hä? Nee. Warte mal. Oh nein. Also, wenn ihr euch an diese Zeit erinnert, lasst jetzt ein Like da. Aber nur, wenn ihr euch wirklich an diese Zeit erinnert, Leute. Ah, hier sind die ganzen Montclair Missionen anscheinend. Gibt es Montclair Missionen? Weiß ich nicht. Neues Item? Lol. Wie nice ist das denn? Als Schutz. So ein Riesenball. Yo, diese TikToks sind heute mega nice. Was passiert da jetzt? Oh, nee. Leute, dieser Roboter. Nein. Bitte entfernt den Fortnite. Ich hoffe, ihr könnt alle Englisch, Leute. Aber solche TikToks feiere ich nicht. Muss ich ehrlich sein. Solche TikToks sind nicht so nice. Und wir sind auch viel zu lang. Gar keinen Bock zuzuhören, Leute. Okay, jetzt endlich. Controller Players. Oh, nein. Immer mit einer Spray-T-Controller-Player, oder? Ich habe sie. Ich habe sie einfach spammt. Ich bin sehr schade und zu deinem Gehäuern. Also, du weißt, was? Ich werde dich ausziehen. Nicht mein Telefon, nicht mein Telefon. Ähm, was ist dein Lieblingsproblem in diesem Rücken? Ähm, dieses Hänger. Ich nehme deinen Hänger weg. Was sollst du darüber sagen, was sollst du darüber sagen? Oh, Mann. Woo! Äh? 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 Leute, ähm, falls ihr das nicht verstanden habt, ist gut, okay? Es ist nur ein Witz, Leute. Ähm, this is why I only play Solos. Oh, hat er gerade den goldenen Spaß aus dem Bot bekommen? Geht es überhaupt? Ja, moin. Was? Und dem Zenmate hat die gerade abgezogen? Ey, das habe ich auch gesehen, dass diese Golfwegen wieder im Game sind, aber sehr, sehr selten. Und habt ihr es schon mal geschafft, so einen Wagen zu finden in dieser Season? Aber anscheinend soll das mega verbuggt sein. Ey, mega nice. Alter, ja, Mann. Habe ich mir direkt heute gekauft. Die wechseln einfach die Farbe. Ey, das ist so nice. Ich feier das. Die Animation ist so clean. Wirklich. Umso höher du bist, also, also die Höhe verändert dein Skin. Genau. Das ist mega nice. Je nachdem, ob du auf einen Berg gehst oder wieder runter, verändert sich die Farbe. Das ist mega nice. Feier ich sehr, Leute. Feier ich sehr. GG. Boys don't have real emotions. Oh. Das ist so ein Zukunft-Post, dass Fortnite beendet wird nach 10 Jahren. Oh. Wenn das wirklich passieren sollte, gar nicht gut, Leute. Hier sehen wir jetzt irgendwelche Schwitze am Start. Gar kein Bock. Okay, was macht Ninja hier? Ehrenmann. Wie er geschrien hat. Der arme Ninja-Mann. Fuji. Ja, das ist ein Bot, Mann. Er fühlt sich. Er fühlt sich. Das ist doch jetzt nicht sein Ernst, oder? Das ist doch kein Batman-Skin. Batman auf Wish. Den habe ich aber auch, glaube ich. Und die weibliche Version. Ja, moin. Batman auf Wish. Ehre Männer. Feier ich, Mann. Ja, Leute, das wird es mit dem heutigen Video gewesen sein. Die TikToks sind echt mega nice. Lasst ein Like da unten, um kein Video mehr zu verpassen. Kuss geht raus. Euer Flex. Ciao.